geil schwer drückt also ich bin wie gesagt noch tempest ich habe eben mit ich habe noch zwei beim gehilfen ist das egal mama mama meine weil ich habe noch gar keine aufgerissen macht das mal bitte aber er ist ja schlappig einfach abschlecken was schlappig ist was anderes hallo ich schrei dich gar nicht an wenn dann schreie ich trüffel an wenn ich dich umarme sieht das so aus als würde ich dir ins knie beißen ja sie sind schon süß aber ich bin ich gucke meinen charakter halt gerne auf den arsch wo ist deine denn in elmec mache ich jetzt gerade okay so nur kurz suchen pils time wo ist der taxi 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 ist kaputt kein sexy taxi hier was mein ach der ist schon da ja super ich warte die ganze zeit drauf dass er hier auftaucht am ende und der ist schon lange da ich hab mein chatfenster schon wieder weggeschmissen schick doch mal den ding ins da ist hier direkt unten ich komme gerade nicht an meine karte ach jetzt ich muss schon hier raus bitte einmal oben links abbiegen und dann dreimal im kreis drin so wie der arschpilz geh weg ich will euch nicht ich will euch nicht ich will euch nicht ich will euch nicht heute liebe harry liebe liebe statt liebe sind liebe nicht auch eine form von liebe vielleicht das ist auslegungssache wenn man drauf steht dann kommt doch fallen wir zuerst dann liegt ko ich kann doch in energy vertragen aber ich habe kein doch beim einkaufen vergessen du bist ja ein schmuck das ist jetzt aber traurig oh shit happens belastend belastend gut macht bist du schon wieder müde die schokobusse wurden gerade alle eingeschläfert oh okay oh das ist auch traurig haha ein hauch von nicht ein hauch von trauer mal gucken wo ich denn die nächste tempest das trifft sich doch gut dann gehe ich mir mal kurz einen kaffee holen moment so tun sie dies aua ich gehe mir kawai holen aua einfach überkopfgeschüttet hihihi 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 steuerung links klick glaube ich oder rechts rechts bin da hab kaffee sehr gut heiß und da ist mein kraftschi geiler heißer kaffee woher wollten wir denn am besten hin geiler und heißer kaffee geiler kaffee nicht immer geil ich mach mal da ich bin nicht so der kaffee trinker ok trüffel du weißt gar nicht was du verpasst ich kenne viel also mehr leute die keinen kaffee trinken wie wir mitfahren ja ich sitz wieder vorne geil und ich kenne einen der trinkt weder kaffee noch isst der schokolade grünchen geportet äh ich glaub ich bin falsch ne na da brauchst du ein bisschen sehr lange bist du deiner schatzkarte hihihi trüffel wo bist du äh ich bin hier ach so aber frisum wenn ich aha so da ist meine schatzkarte ja aber du bist ganz unten du musst die ganze mauer hochfliegen oh no portet dich doch zu uns ich komm er schein reicht ne ich komm ok viel Spaß mach keine halben Sache viel Erfolg alles klar pur 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 r popular warte da will ich mitfahren da ter dar dadladatada darabad calves drüffel will nicht mehr mitfahren seit der gehört hat bardock hat kein führerschein g Das weiß ich auch so. Der hat mir ins Auto gekackt, seitdem darf er nicht mehr mitfahren. Das ist echt teuer, wenn du im Taxi die Kacke baust und da reinkotzt oder so. Das ist richtig teuer. Echt? Ich kenne das nicht. Bekannter von mir hat das mal gemacht und die haben irgendwie 250 Euro oder so zahlen müssen, Reinigung. Ist nicht ganz cool. Ich würde zwar noch mehr verlangen. Ich würde verlangen, dass sie das selber putzen. Plus Reinigungsmann hinterher. Ach, hä? Sollen die den Reinigungsmann danach auch noch putzen? Ja. Erst schön ordentlich aufräumen, dann dem armen Reinigungsmann die Arbeit ein bisschen erleichtern und dann kann er das nochmal vernünftig sauber machen. Und dann können die nochmal Desinfektionsspray drüber machen. Okay. So, so. Nein, so, so. Ach, ist an derselben Stelle? Ja. Ah, okay, warte. Warte, ich habe es gerade gesagt, aber hey. Entschuldigung. Frau, hört mir wieder nicht zu. Ich soll alles wie immer. Wollen wir mal dem Puhn so ruhig zuhören? Ja. Wort eben. Say what? Ich verstehe das. Was machst du denn da? Ja, ich brauche Beschäftigungstherapie. Okay. Mama, Mama, Mama. Ist das schon so schlimm? Ja. Oder ist das Licht wieder in der Schule angegangen, obwohl zu ist? Das weiß ich nicht, das kann ich jetzt gerade von hier aus nicht sehen. Okay. Da bist du hier. Da müsste ich jetzt gerade Vorhangsverbreite ziehen. Dafür bin ich jetzt gerade zu faul. Lohnt sich auch nicht. Alles dunkel draußen. Aber nee, Schule ist gerade dunkel. Ja, die kommen erst heute Nacht wieder. Das Schlimme ist, ich habe einfach absolut keine Orientierung. Und wenn du dann im Asylum oder in der Highschool bist, und dann wieder irgendwie zum Truck finden musst, ähm, ja, ne? Geil. Also Highschool finde ich geht noch, aber Asylum... In der Highschool geht es, aber Asylum ist echt. Ich habe auch in der Highschool keine Orientierung. Nee, in der Highschool... Also mittlerweile geht's. In der Highschool kriege ich es ganz gut hin. Erstmal in Tanglewood verlaufen. Hä? Ja. In dem Farmhaus. Äh, Tanglewood ist nicht das Farmhaus. Nee? Ach so. Tanglewood ist die... Das Einetagen-Ding. Ja. Ah, okay. Ja, ja. Zur Not einfach immer dem Robin hinterher. Der ist sofort weg, sobald er nur das glänzte Geräusch hat. Ja. Wollte gerade sagen, dem kann man vertrauen. Ich habe fünf gute draus. Dem kann man vertrauen. Vor allen Dingen, wenn die alte Patricia heißt. Nee, bei ihm ist ja auch jeder Geist das kleine Mädchen, aber... Selbst wenn es Karl heißt. Ja, richtig. Aber das ist echt manchmal komisch. Das sind dann weibliche Geister und haben einen männlichen Namen. Oder andersrum. Ja, das ist schon Amerika. Ja. Manche... Also da gibt es ja Namen, die zählen für beide Geschlechter. Die sind geschlechtsneutral. Das ist fast für uns halt eben normal weiblich oder so. Hey. Ja gut, hier gibt es ja auch Männer, die zum Beispiel Maria heißen. Markus, Maria, profittlich. Yes, yes. Ich würde mich irgendwie belassen. Hashtag belassen. Du darfst dir nicht immer alles so zu Herzen. Das kann ich besonders gut. Auch, dass du keinen Dance-Partner hast. Hallo. Du hast keinen Dance-Buddy. Niemand hat einen Dance-Buddy. Ja, warum braucht man denn hier einen Dance-Partner? Ja. Ja. So eine Kondos-Buddy. Ja, wer denn das? Warum hast du jetzt Schaden bekommen? Was machst du denn? Ich habe die Bienen zuerst angegriffen. Warum machst du das? Weil ich gerade mein Dual-Cast noch hatte und ich den loswerden wollte, dass ich den Nächsten ansetzen kann. Wenn du den nicht loswerden kannst, stirbst du dann? Ja. Okay. Ist ja gar nicht mal so groß. Ich weiß auch nicht, der hatte richtig Bock. Der hatte Bock auf dich. Der wollte seine Tentakel mal an der Ausbildung bringen. Hi. Erstmal alle Löcher stopfen. So direkt in die Hautpore rein. What the fuck? Dann wächst ein kleiner Morbul-Pickel. Bäh. Dann braucht man die ganze Zeit Wondgeruch raus. Fuck. What the actual fuck? Ich sollte Game-Designer werden. Wieso? Ja, stell dir sowas mal in einem Spiel vor. Oh, schön tanzen bitte. Ja, mach ich. Sogar mit Leuchteffekt. Oh. Wo hast du das denn her? Das ist ja süß. Von einem Event. Siehste? Hat geholfen. Ich wollte gerade sagen, jetzt muss es kaufen. Achso. Jetzt musst du es kaufen. Ja. Das kriegst du nicht noch mal nachträglich. Vom Singdrossel-Event war das damals. Vom Prinzessinnenfest, glaube ich. Oh. 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 Amen. Amen. Okay. Ave Maria. Richtig. Richtig. Puh. Nimm Baumbart mal mit hier. Mama. Boah, Schatz, das war laut. Und nicht um deinen jungen Weinen. Ja, das müssen sich die Geister manchmal auch anhören. Das ist richtig. Und das bist du trotzdem nicht sauer? Ja, ist halt echt so. Die gestern, die war echt entspannt. Und dann geht Jana alleine rein und dann geht der Spaß auf einmal los. Ja. Ja, wie gesagt, hatte ich auch schon. Ei. Der Geist hat keinen Bock auf irgendwen. Geh ich rein. Werd direkt weggesnackt. Geil. Da hatten wir aber gestern auch eine Situation, da hatte der eine Geist auch richtig Bock auf Bardock, weil wir wollten eigentlich so gerade reingehen, wir waren eigentlich auch fast auf gleicher Höhe, so, ne? Da war, sag ich mal, was weiß ich, so gefühlt ein halber Zentimeter Abstand so zwischen uns. Auf einmal geht die Tür zu zwischen uns und ich bin ausgesperrt und er ist drinnen. Ja, geil. Der hat einen Fuß in die Wohnung gesetzt und die Tür ging zu. Ja, der hatte Bock. Ja, der Wichser. Ja, so manchmal sind die ziemlich unerklärlich, die Viechers. Bloß nicht so einen Unterschied machen, Alter. Das ist halt krass. Du kannst die teilweise echt beleidigen, wie nix, das interessiert die dann nicht. Und dann fragst du dir irgendwas ganz Normales und dann BÄM. Ja, wie alt bist du? Ah, Killer. Ja, die Spillbox-Failter eingestellt, dass sie nur noch auf richtige Fragen reagiert. Alles unentschieden hier. Was mach ich denn? Ich geh jetzt wieder hoch. So. Ja, bei fünf ist es egal. Fifty-fifty. Ja, ich hatte ja jetzt zweimal unentschieden. Oh nein. Oh, lol. Weck mich durch am Arsch. Warum? Weil du kein Klubpapier mehr hast? Auch. Ne, wir haben noch welche. Wir haben auch kein Neues gekauft, auch wenn wir ein Neues haben. Keine Neues haben. Keine Neues haben. Nein, die haben wir noch. Ich sag ja, wir brauchen keinen Zug, das wollte ich sagen. Wir haben nicht unnötigerweise Klubpapier gekauft. Ja, wollte ich auch nicht. Ich wärme mich gegen sowas. Tenden und Füßen. Er schmeißt sich auf den Boden und fängt an zu heulen. Ja. So wie ihr in der Schatzkarte. Richtig. Wie meine arme Schatzkarte. Das ist traurig. Oh, Mama. Oh. Oh je. Oh je. Du willst gleich noch was essen gehen, Schätzle. Ne. Geil. Mach gleich nochmal ein Powernap, du. Ne. Du musst noch duschen. Ich nicht, ne. Ich war duschen. Wenn du Powernap machst, bestimmt. Oh lol. Ich bin ein Armering. Na, das passt sich doch auch. Hat eine See an der Mumme. Ähm, Mumme. Ich wohne in einer Anemumenini. Neh mir in dein Mund. Was, nehm ich in den Mund? Ja. Wen, die Anemone, oder? Ja, auch die ganze Anemone. Die ganze. Boah. Bin ich denn? Das ist mal ein Erlebnis. Hä? Ach, pardon. Mr. Krabs. Brauchst du mehr Arbeit, oder was? Das war eh egal. Ich macht doch eh Aui. Oh eh. Für mich wäre nur so kleckerweise, ich hasse das. Mahlzeit. Hatschi, Schatzi! Das hat meine Mama mal gesagt. Hatschi, Schatzi. Klar. Deine Mama ist ja auch für den Ding etwas komisch. Meine Mama ist Erzieherin, die ist komisch. Genau, ich hab trotzdem nicht so einen am Sender. Äh, doch ein Fischchen. Du hast so einen Fischchen, ich wollte gerade sagen, du hast anders einen am Sender. Ja. Ich find mich toll, wie ich bin. Oh, ich kann mal ein Kokobohne und Zwiebel geben, nice. Warum hat Jana jetzt gehustet? Ich hab nur was im Hals. Sie hat einen screenshot gemacht, sie hat gleichzeitig gefurzt. Was? Du kleine Arschgeburt. Genau, ich bin aus einem Screenshot entstanden. Ja. Dann lag ich da einfach in der braunen Soße. Lecker. Das ist mir sehr sympathisch. Dann hab ich direkt mit dem Mais gespuckt. Dann hab ich unterwegs gefunden. Das ist jetzt nicht mehr so sympathisch. Lass das. Komm, Portal, geh auf. Ach, schade. Portal sagt nein. Ich krieg keine Portale. No. Arme Badog. So, und jetzt geht's nach Amaring, oder was? Ich weiß, geh ins Knie, vielleicht hilft das. So kurz, dann muss ich erstmal meine noch aufmachen. Okay. Ich bin echt so ein Wadenbeißer. Gott, ey, wieso bin ich so winzig? Hier beiß ich auch ins Knie, oder? Nee. Bardock-Büttenberg. Hier beiß ich den Oberschenkel. Ja, nice. Alle drei in Amaring jetzt noch. Ja, geil. Denn deine auch. Nee, du hast woanders. Was? Wo ist die denn? Ja, ich hab's. Sie ist nicht da. So voll das Polizid aufzumachen. So voll das Polizid aufzumachen. Sehr gut. Okay. Boit, boit. Ja, ich hab's schon direkt. Ich bin weg, tschüss. Tschau. Tschüss, was ist gut? Ja. Scheiße. Warum? Nee, das war Wüste. Warum direkt Scheiße? Weiß ich nicht. Braucht du nur einen Stift. Kackstift, oder was? Ja, ich hab wachsen wieder Tanzzahne. in der wüste ich habe gedacht in der po deswegen ist auch so schön kross sache kommt der steinmann direkt aus der wand raus gut russi rudi aber an der kopf wird rosen hier rudi 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 bitte nicht Ach, sei doch nicht so. Doch. Guck mal, Toffel, da ist deine Mutter. Nice. Ein richtig hässlicher Geier. Ja, cool. Hoffentlich kriege ich keine Freundschaftsinfrage auf Facebook. Ja, da müssen wir jetzt aber Daumen drücken, du. Ist ja schon mal schiefgelaufen. Oh, what? Ne, ist ja schon mal nicht so gut gelaufen, ne? Ja. Das ist jetzt nicht so gut gelaufen. Das ist traurig. Oh, lol. Damit ist jetzt nur gleich Juna zu Wort. Echt so. Die beiden jetzt schon da? Ne, kann doch nicht sein. Ui. Das noch erleben darf. Wir dürfen in den Hort, juhu. Dürfen noch einmal alle spielen, bevor es nach Hause geht. Nice. Was? Süß. Alles gut, Jane? Süß ist oder sauf ist. Ach so. Ach, im Ernst? Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Gehen die Barsch rum? Anscheinend. Ich denke, gehört die Karte. Trüffel. Ja. Trüffel. Trüffelino. Du kannst dich mal in Game umbenennen in Trüffelino. Nein. Trüffelino Schokino oder so. Nein. Warum nicht? Warum sollte ich? Ja, jetzt wird das fix los. Was hast du denn jetzt noch gegeben? Oh. Da ist auch nicht viel übrig geblieben. Ne. Fünf drin. So. Bibi. Süß. Hi. Sind das denn Kinder oder Jugendliche? Ne, ne, das waren die zwei Kitties hier von nebenan. Ach so. Bei uns auf der Eckgeschosswohnung. Ach so. Oh ja, das ist ja süß. Damit hat die jetzt nicht gerechnet, du. Komm, hast du die Tür aufgeziehen nach Suppe. Echt so? Puh. Was ist los? Ist denn etwa einer von euch an die Tür? Nein. Ich glaube nicht. Hahaha. Aber ich könnte es jetzt auch nicht komplett ausschließen. Hahaha. Hahaha. Jetzt geht's doch kaputt. No. Ich muss fest da drauf hauen. Mach ich das nicht. Hahaha. Immer feste Druck da auf die Olga. Der Stock ist einfach zu klein. Das ist das Problem. Aha. Jetzt haben wir's. Der Stock ist zu klein. Komm nicht ran. Das ist bitter. Dann wirst du das weg. Dann würde ich mir Sorgen machen. Dann würde ich mir Sorgen machen. Hahaha. Dann würde ich mir auch. Du hast den Pfarrfilm vergessen. Oh. Ja, lol. Direkt am Anfang. Ja, let's go. Jo. Oh, das ist schwer. Ich glaube, ich mach mal niedriger. Ja, mach mal. Und dann hast du unentschieden. Ja. 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 Du standest im Pfeil. Ich bin kein Kloch. Du standest im Pfeil. Du standest im Pfeil. Kloch. Hahaha. Oh. Oh nein. Direkt wieder sechs bestraft. Das gibt's doch nicht, ey. Wer hat das mit dem Unentschieden nochmal gesagt? Ich nicht. Ich hab's nur gedacht. Neu. Komm, alle guten Dinge sind drei. Ich wollt grad sagen, komm. Jetzt hau mal einen raus. Warum kann man eigentlich nicht Unentschieden anklicken? Das ist auch ne Option. Ja. Alter. Der ist ja nicht so gut gelaufen. Jedes Mal nach zweimal Unentschieden ist es danach immer höher. Echt nicht normal, ey. Eieiei. Scheint jemand an. Trinkenrappe, ey. Das ist schon echt übel, ey. Und jetzt geht die Tür noch zu. Oh nein. Jetzt hast du es gekocht. Jetzt sag doch nicht sowas. Oh Gott sei Dank. Oh Gott sei Dank. Das wäre jetzt wirklich sehr, sehr, sehr traurig. Oh nein. Ich hätte gern so ne Disc als Reittier. Außerdem ist mein Stab fast länger. Der ist einfach länger als ich. Den hast du nur zu viel angespitzt. Im Penisvergleich? Ja. Glaube ja. Ich hab den längsten. Da 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 da. Ja nicht? Ich hab den dicksten. Ich hab den dicksten Ring. Ich hab den Haarigsten. Ich hab den Haarigsten. Ich hab den Haarigsten. Den Titel geb ich dir ab. Mit hier will ich nicht. Ne lass mal. Da kommen deine ganzen Büschel schon. Ist halt extra. Ne lass mal. So ein Chewbacca da unten brauch ich nicht. Komm nicht. Wenn er knurrt ist es witzig. Tschui. Ja. Money. Precast. Bra. Ist klickbar doch was abgeklickt? Bi. 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 Mana Mana. Mana Mana Mana. Ba. Bi. 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 Oh Gott, das Tor ist vor Schreck zugegangen. Bi. Oh nein. Toll. Das hat ja schön gemacht. Schön gemacht doch vorher. Ich geb mir das nächste mal mehr Mühe. Sie hat sich stets bemüht. Ja echt. ich habe schon noch wasser hier ja so eine halbe flasche meine ist nämlich leer ach danke ich fühle mich direkt besser ich habe jetzt tempest aber wir haben ja auch zweimal amoreg 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 ja let's go ganz da oben ja irgendwie weiß ich nicht wo ich meine finden soll hier da zieht irgendwie alles so komisch auf nein oder so was als die dicken ja den sugar das ist jetzt schlecht ist das gut okay er wird er wird gehauen er wollte gehauen werden ich wollte gerade sagen hallo ich habe doch alles gemacht der ist aggro ist glaubst du was er treibt geht der erst mal voll schrei hier was muss man auf meine schatzkarte auch mal gerade gucken dass ich den irgendwie ins target krieg hier das gängige problem ein bisschen angst hier also du wirst schon dass er auch voll viel ausfällt jetzt habe ich hier noch so eine schildkröte am arsch ich weiß nicht ob ich lieber verschwinden sollten ja könnte helfen muss aber nicht jetzt laufen wir sind wohl entgegen können wir den irgendwie nimmst du dir dann alle mit ja ich könnte einfach weglaufen kann den resetten lassen ich habe angst ich habe keine lust mehr soll man den hauen ja nein ich hab dir noch nicht gehauen ich hab dir noch nicht gehauen ich hab dir noch nicht gehauen ich mach mal eine schatzkarte ach lol ja die zeit läuft ab ach komm warum hat der denn jetzt schon wieder aggro auf mich hilfe ja nimm den einfach mit ja klar ich nehme den mit rein hakuna matata den spruch sag ich gern hakuna matata ich krieg das vieh nicht ins target und welche sorgen haben sie ich bekomme das vieh nicht ins target ganz normale wahnsinn da gibt es doch was für ein rad zu kommen das ist nur für die länge das stimmt mein kaffee ist wieder in der spüche in der frau was will der vogel hier eigentlich der ist um mich herumgegeiert weil er schon einen toten kadaver gesehen hat wollte noch einen fremden rest erwischen einfach so ach ja ja krass tschüss blätterkrokant ne was hast du da gut gekauft aber warum hast du die beiden nur einen blätterkrokant gegeben weil ich gedacht habe ach komm da sind bestimmt genug drin ja das wäre ja nicht gut nachgedacht ich bin halt sehr aufopferungsvoll und gebe gerne anderen Menschen alles woher kommt denn dein buddy wer möchte meinen buddy okay du schon mal nicht oh ja jay damage mage for win wuhu ich bin hier wieso kriege ich denn hier schon wieder keinen irgendwie ins target das macht mich fertig so ja der weint immer so jetzt kannst du gar nicht tanzen oh nein dafür kann ich die tür anspulen oh hallo 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 guck mal wir müssen die tür auch direkt auf hast du jetzt dein unterleib da an der tür gerieben das würde es erklären das andere macht keinen sinn nein sie gehen ohne mich wie schuldig wie schuldig bleibst du bleibst du bleibst du bleibst du ich weiß nicht warum ich immer afre sage bist der affe aus der cola werbung ja was ne 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 ne3 ne 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 nä nä nene nene ne willst du Voll einen ab, ey. Ja. Ich nehm alles mit, was ich kriegen kann. Geil. Bist du auch am hamstern? Come on, Pinky. Der Pinky, der Pinky, der Pinky und der Brain, 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 Brain. Oh. Okay, das hab ich auch mal. Lasuriz, Atrozi, Kapforleder, alles klar. Der Pinky, der Pinky und der Brain. Wer ist der Brain? Der Pinky Brain. Ja, lol. Alter, wir haben heute halt echt kein Glück. Ja, ne? Was ist denn hier los? Wer kann, der kann, würde ich sagen. Was ist denn hier los heute? I don't know. Was ist denn los mit dir? Was stimmt nicht mit dir? Dafür geht die Tür am Heizenden wieder auf. Können wir uns die Rainbows aufheben. Ja, auch okay. Regenbogen Schokolade. Kenn ich Schlüssel zum Herzen dieser Tür. Oh. Das hast du aber schön gesagt. Ja, ja. Ich glaub, da schmilzt mein Herz mal nicht dahin. Und sei froh, dass du wenigstens eins hast. Ja. Naja, so ein halbes habe ich vielleicht. Nur ein halbes? Ein kleines Schoki. Wenigstens etwas. In Afrika könnte das noch essen. Hat wer mit dem Stift durchgepiekt oder so? Ich hab da ein Loch drin. Ja, toll. Tritt heiße Luft raus. Ich hab gehört, Äpfel sollen helfen. Oh Gott, weg da. Waaah. Oh nein, Arschpülze. Yay. Nee. Soll ich boxe die Tür jetzt? Soll ich boxe die Tür jetzt? Ein boxe die Tür jetzt? Ey, ich streichel die doch. Hör auf die zu boxen. Das sieht jetzt aus als wenn Spannung in den Arsch boxen. Bisschen vielleicht. Pass auf, das gefällt dem. Oder die Kniekehle. Das gefällt dem. Na, heute schon von einem Lala gefistet worden? Jetzt definitiv. RAINBOW! Nö. Was kommt dazu, wenn man die Tür boxe, statt sie zu streichen? Echt so. Das kommt von diesem Anal-Fisting. Scheiße. Entschuldigung. Ich heb's mir demnächst für was anderes auf. Bitte. Mann, Mann, Mann. Was soll nur aus dir werden? Weiß ich auch nicht. Das ist traurig. Voll. Gute Fug. So, wo müssen wir denn jetzt hin? So, du hast, du hast noch einen und du hast noch einen und dann ist Schicht. Juhu. Schicht. Also ich hab Tempest. Tempere. Ich hab Amaring. Ach ja, immer noch. Neu. So, aber ich weiß nicht. Ah ja, stimmt. Du hast mir noch deine Amaring hier. Wo ist denn, wo ist denn das Ding? Ich weiß grad nicht, wo ich das einzusortieren hab. Du weißt, wo das ist? Wo ist es denn? Frag mir einfach. Okay. Wir folgen dir unauffällig. Was hast du denn jetzt gemacht? Was hat der gemacht? Das ist gut. Jane haut alles raus? Ja. Richtig. Folgen sie der Disco Kugel. Ist ja gar keine Kugel. Kugel. Oh, da ist ja gar keine Kugel. Vroom vroom. Nee. Nee? Nee. Ah. Alter, das kleine Flugzeug. Kleine Flugzeug ist das Beste. Ich liebe es. Klein? Ja. Guck mal, wie klein mein sie ist. Ich hab Bobika. Bobika. Wieso reiht es auf dem Geist durch die Gegend? Ja, stimmt. Ja, stimmt. Sturzflug! Sturzflug! Skandal! Einfach. Einfach abmounten während des Fliegens. Ich find das so geil, wie sie das so drehen. What? Nee? Mu. Ach süß. Wo ist sie denn? Ach, guck mal. Da ist sie. Direkt neben dir. Bist du wieder drüber gestolpert? Vielleicht. Oh, guck mal. Oh, er wieder. Ist aber so. Hängt der da einfach wieder in der Wand drin? Steinmännchen hauen. Einen Steinmännchen hauen. So viel Gewalt hier. Gewalt ist Liebe. Steht auch immer auf meiner To-Do-Liste. Was? Einen Steinmännchen hauen. Hm? Ja. Sollte jeder mal gemacht haben. Wurst kaufen. Brötchen kaufen. Mutti anrufen. Einen Steinmännchen hauen. Ja, ich find das total legitim. Darf man mal machen. Was ist mit dir jetzt los? Hast du keinen Bock mehr? Brauchtest du ne Pause? Hä? War Jane nicht gerade irgendwie, äh... Was? 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 Ja, das war bei mir ein Sticker. Ja, das war bei mir ein Sticker. Aber dann. Wuh! Bin schon wieder halb rausgeflogen. Nein. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Also Portale haben wir schon viele. Ja. Ja, das stimmt. Wir kommen nur nicht wirklich so... Weit. Wir schaffen nicht ein Glücksspiel. Ne, irgendwie nicht. Es scheitert alles auf Unentschieden. Hab ich mal jetzt geschafft? Weil ich abgebrochen hab? Ne, ne? Meinst du es auch? Doch, das erste hast du geschafft. Ja, ne? Und danach haben wir keins mehr geschafft. Lauf, kleine Kartoffeln. Jaaa! Jaaa! Neee. Plopp! Ah, das ist eine Bommel. Eine Bommel. Oh. Zwiebel wechseln. Das ist ein Zwiebel. Oh, Zwiebel eins. Wo ist Zwiebel zwei? Aubergine. Zwiebel zwei ist dort. Dometoo. Dometoo. Und die Queen. Queen! Queen! Queen oder du? Cool. Cool, die Queen. Do you know the way? Einfach mal die Queen verhauen. Alter. Stell mir grad vor, wie einer vor der Queen steht und er einmal so durchs Gesicht zerrimmt. Alter. Alter. Einfach mal die Queen boxen. Ja, geil. Ja, normal. Wow. Money. Hab ich letztens auch so ein Meme gesehen. Da war dann auch so, da war dann Gott. Und dann so, ja, nach sieben Tagen habe ich endlich die Erde erschaffen. Und dann so, und dann Adam so, wer ist die Oma da? Und dann Gott so, keine Ahnung, die war schon da. Und dann ist auch so die Queen dann zu sehen im Paradies. Los. Okay. Joa, die war immer schon da, ne? Die war schon da. Die war schon da, bevor es Adam gab. Die war da, bevor Gott die Erde erschaffen hat. Keine Ahnung, die war schon vorher da. Die ist mir zugelaufen. Ich kann nix dafür. Auf einmal war sie da. Oh. Siehst du, wie das eine Meme, was ich da auch gesehen habe? Hey, Bo. Oh, Eva, Adam fragt, wie schmeckt der Apfel? Doll. Der Apfel. Und jetzt auch kurzes Vergnügen. Joa, das ist ja wieder mal nicht so gut gelaufen, was? Ne. Eine haben wir noch. Und dann ist Schluss. Nein. Dann mach ich eine Viertelstunde Powernap. Ich gerne duschen. Dann klingelt's an der Tür und keiner macht sie auf. Und ich kann die aufmachen. Ich geh atmen oder so. Ich geh atmen. Ich muss jetzt mal gucken, wo ich jetzt meine Karte nochmal habe in Tempest. Kann ich mal bitte keinen Panzer haben? Alter, hallo? Nö. Der Panzer wohnt jetzt da. Die hab ich. Ach, scheiße hier. Hier, nehm ich halt den. Für sowas gibt's eine Favoritenliste. Ja, hab ich ja. Aber ich hab einfach dreimal hintereinander den Panzer gezogen. Trüffels Chocobo passt irgendwie zu deinem Talos. Schwarz mit roten Augen. Und ein bisschen gelb dabei. Ja, jetzt müsste Trüffel sich nur noch pink einfärben und dann... Ja, geil, ne? Partner-Look. Eee. Nice. Dein armer Trüffel. Dein armer Trüffel. Hallo. Wenn jetzt... Wenn jetzt schon Besitzansprüche zu mir gestellt? Ja. Anscheinend. Bardock weiß, wo es hingeht. Ich bin ein sehr selbstständiges Trüffel, ja. Okay. Ja. Äh, falsche Richtung geflogen. Ich weiß, dass der Besitzer Schatzpartner weiß, wo es lang geht. Okay. Vor allen Dingen... Vor allen Dingen, ich bin ein sehr selbstständiges Trüffel. Oh, falsche Richtung. Hey, ich hab's zumindest realisiert, ja? Das ist schon mal ein Fortschritt. Geil. Cool. Deiche. Oh, die vier schon wieder. Brutti di mare. Nee. Das ist nicht Brutti di mare. Das ist Brutti di mare. Das ist nur Mari. Das ist nur Mari. Brutti di mare. Brutti di mare. Den nicht. Trüffel der eine magst du? Ich nur das Mari. Ja, da lass ich ihn nicht mögen, das ist schon in Ordnung. Der mag mich zumindest mal irgendwer. Midlife Crisis. Ist ja echt so. Was, jetzt schon in deinem Alter? Das ist traurig. Ja, hab ich zu genüge, das ist gut. Komm du mal in mein Alter. So weit auseinander seid ihr doch gar nicht. Ich kann's sagen, ich bin selber für voll der Alterssack. Wo alte Männer waschen. Geil. Jane hat ihren neuen Beruf gefunden. Männer waschen. Alte Männer waschen, ja. Oh, zum Abschluss hatten wir keins mehr. Nein. Schade. Aber es war schön. Ja. Leider kurzweilig, aber was wollen wir machen? Was macht? Also ich muss auf jeden Fall diese Woche nochmal in die Südfront. Das muss ich auch. Meinen letzten Klumpen sammeln. Müsst ihr Klumpen sammeln? Ich muss noch einen Klumpen sammeln. Für meine Glitzerwaffe. Ich bin jetzt irgendwo bei Level 10. Ich lebe ja alleine, also. Wie viele Waffen hast du schon? Ich hab jetzt die dritte, fast fertig. Okay. Würdet ihr denn sagen, das ist besser als Eureka? Ich war in Eureka gar nicht drin. Ach so. Also. Ja, also die Südfront und das nimmt sich nicht viel. Es ist einfacher als Eureka. Viel, viel einfacher. Mhm. Aber ich gehe da hauptsächlich rein, um die Innie zu laufen. Ja gut, die habe ich bis jetzt einmal gemacht. Na gut. Weil die Aufwertungs-Items sind mega viel Asche wert. Uh, okay. Also du kriegst für die kleinen Teile, kriegst du knapp 4 Millionen. Oh. Und die großen Teile, wenn du die, also wenn du das aus der Kiste kriegst, bis zu 10 Millionen aufwärts. Okay, wow. Ja dann. Das sind halt eben auch super selten, also die haben irgendwie so eine Drop-Chance von gefühlten 0,2%. Uff. Ja denn. Aber ich mache die Innie gerne. Das ist das Einzige, was mich da so reintreibt. Ja, Castrum ist schön, Spaß zu machen. Ich war zwar beim ersten Mal etwas überfordert, aber es war ganz okay. Und die 1 gegen 1 muss ich noch machen. Aber da komme ich nie rein. Da habe ich mich einmal für angemeldet, kam aber nicht rein. Na, na, ich muss sie noch legen. Alle? Alle drei. Es gibt nur drei. Ich habe bis jetzt immer nur den einen Roboter da gesehen. Du hast in jedem Gebiet ein. Okay. Ja. Es gibt in jedem Gebiet ein und du kriegst halt einen Titel halt eben dafür, wenn du auch alle drei legst. Oh. Du kriegst einen Titel dafür, wenn du jeden Einzelnen gelegt hast und du kriegst nochmal Titel, wenn du alle drei legst. Okay. Ja. Und ich will halt den Titel haben. Dann drücke ich dir die Daumen, dass das funktioniert. Na, erstmal muss ich reinkommen in die Dinger. Ich habe das letzte Mal, habe ich mich für den Feuerhaini angemeldet und ganz oben in der letzten Gegend. Mhm. Es waren nur drei Leute und ich komme natürlich trotzdem nicht rein. Oh, schade. Und der, der, der reingekommen ist, hat es verkackt. Im Ernst? Oh nein. Ja, der hat es mega verkackt. Das ist Ripp. Ripp-Ripp. Ja, das war wirklich doof. Ich habe einmal gesehen, dass es einer geschafft hat. Das war ein White Mage. Ja, das schaffen nicht viele. Also das ist echt... Meinst du denn, du kriegst das als Tank hin? Locker als Warrior, easy peasy. Du hast ja fast so viel Heilung wie ein Heiler. Ja gut, das stimmt schon als Warrior. Du heizt dich ja wie ein Geistesgestörter. Und ich gehe ja dann sowieso immer rein mit Blattsack abhütten. Das heißt, dass ich mich überall noch über den Schaden weiter hochheile. Ach so. Ja gut. Also ich habe doch schon meine Strategien, wie ich die wegknallen würde. Ich habe auch meine passenden Buffs schon immer schön mit mir am rumtragen, falls ich mal eine Entry kriege. Ja, dann knall die richtig weg. Knall die richtig weg. Butter die weg. Das schaffst du jetzt. Ja, doch, doch. Wow. Zeige ich dem, wo der Hammer hängt. Oh ja, mach das bitte. Bitte was? Den Hammer aufhängen. Ja, auch. Den Hammer raushängen lassen, bitte. Ja, das auch. Ich schleiche da über den Boden. Okay. So, ja, Schnuffis. Viel Spaß beim Essen gehen, viel Spaß beim Powernap, viel Spaß beim Duschen. Viel Spaß beim Atmen. Und beim Atmen. Wir hören uns. Ja, ich wollte gerade sagen, dann gucken wir mal, vielleicht finden wir uns ja die Woche abends mal oder so. Ja, wir werden uns finden. Ich war's bei deiner Halloween-Feier. Ja. Bei meiner? Achso, ich hab gedacht, ihr macht da Halloween-Parsy. Achso, nee, ich hab gestern das Event gemacht. Achso. Ich hab gedacht, das wäre heute. Ich hab gedacht, du machst das heute, weil du ja gesagt hast, du musst noch warten, bis du deinen Lala umgestalten kannst. Achso, nee, nee, morgen haben wir, äh, da laufen wir, äh, Titan, Stufe 50, äh, Sync und sowas. Da wollen die, wollen die mich noch einmal als Lala haben. Lala. Sachen nachvollziehen kann. Ja, weil mein Black Mage-Outfit ja so süß am Lala aussieht. Okay. Ja. Ja. Ja, kann man einen Screenshot machen hier? Joy. Oboi. 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 Obein. Noch ein Musikerwitz. Ja, was? Was ist mit Obeine? Ja, genau das. Egal was, das ist es. Nice. Obeine sind immer gut. Halt, was? Nein. Ich weiß nicht, ob Obeine so gut sind. Also zum Weglaufen definitiv nicht. So nicht gut für die Geisterjagd. Stolpergefahr. Abgelegt. Siehst aus wie so ein, wie so ein Outfit mit einem Gesicht. Ja, ne? Ist das schon ein Lala? Ne, überhaupt nicht. Ah ja. Ne, das Event hatte ich gestern. Das war, äh. Boah, die hatten in ihrem Haus so ein, ähm, so ein Labyrinth gemacht. Ein Labyrinth gebaut. Ey, ohne Scheiß. Das war echt schlimm. Ja, muss sich ja auch lohnen. Muss ja die Leute beschäftigen. Das hat Video davor. War echt cool. Ja gut, ihr Süßen. Okay, dann würde ich sagen, hören wir uns dann die Tage. Ja. Ich wünsche euch einen guten Hunger. Ja, danke. Schönen Abendloch. Ja, euch auch. Ade. Tschau. 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 Tschau.